Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Cities Skylines. Ja, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und das erste, was ich jetzt erstmal machen möchte, ist hier die Müllverbrennung. Wieder etwas mehr auslasten, denn diese Mülldeponie ist voll. Die können wir jetzt ausleeren. Diese Mülldeponie wurde komplett entleert. Leerung stoppen. Das heißt, die können wir wieder schön befüllen. 56% voll. Da bräuchte man ja eventuell sogar noch hier drüben so eine Verbrennungsanlage. So, und jetzt werden die hier wieder vollgeknallt, bis unter die Dachkante. Yeah. Und die dürfte jetzt theoretisch ganz normal weiterarbeiten. Das ist eigentlich echt ganz cool. So, müssen wir mal schauen, Mülldeponie, die sollten eigentlich normalerweise, das hier alles mit abdecken, die Gebiete, das passt auch soweit. Das heißt, ach so, wartet mal. Und wir haben ja hier drüben die Mülldeponie komplett entleert. Und die wollten wir ja abreißen. Genau, ja. Okay, super. So, haben wir die schon mal abgerissen. Ähm, dann haben wir echt eine gute Menge hier Wohngebiet geschaffen. Neues Gebäude. Was gibt es denn nun schon wieder? Ach so, hier den Bahnhof, ne? Güterzugbahnhof. Boah, Leute, da habe ich gar keinen Bock drauf, damit überhaupt rumzuexperimentieren. Aber irgendwie freue ich mich auch drauf. Das ist wieder die andere Seite. Ähm. Ich überlege eben immer noch so ein bisschen, was ich hier mit dieser Autobahn mache. Was kriegt man eigentlich beim nächsten Mainstein? Moment. Ah, wir kriegen ein neues Gebiet. Das ist gut. Können wir wieder ein Stück Autobahn hier mit einbinden. Dann würde ich einfach das Gebiet hier unten nehmen und würde hier die Autobahn neu einbinden. Das wäre gar nicht mal so blöd. Äh, dass die auch von da hinten in die Stadt rein können. Aber Fakt ist auf jeden Fall erstmal, das ist Mist, so wie es ist. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe ja schon überlegt, was wäre, wenn... Wo fahren die meisten überhaupt hin? Es waren eigentlich ziemlich viele darüber, habe ich das Gefühl. Seht ihr, wie viele hier einfach dran vorbeifahren? Ich habe schon überlegt, was wäre, wenn... Was ist das jetzt so, wie ein Binder? Ist ja keine Kreuzung in dem Sinne. Das ist halt eine normale Abfahrt. Binden die die, nutzen die die? Oder nutzen die die nicht? Nütze kein Schwein, aber warte mal, vielleicht... Jetzt fahren sie auf einmal alle, ne? Jetzt wollten sie gerade loslegen, hier die Jungs. Aber vielleicht nehme ich einfach auch... 4-spurig, 1-spurig. Geht sie über das Gebiet raus, oder wie ist das jetzt? 1-spurig, das heißt, die können da... Können da direkt abbiegen, eigentlich. Besser wäre es natürlich hier vorne, ne? Ja, ein paar nehmen die, ne? Das ist aber auch ein Blödsinn, ne? Was die hier machen. Sieht schön saulustig aus, irgendwie. Aber die wird genutzt, auf jeden Fall. Das ist trotzdem ein Wahnsinn, wie sich das hier anstaut. Die kommen wir überhaupt nicht hinterher. Und jetzt stehen die natürlich hier. Und biegen links ab. Ne, das war der super GAU. Ich weiß wahrscheinlich, wo auch das Problem so ein bisschen liegt. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt, Leute. Ich will mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich glaube, das ist das Problem. Diese eine Kreuzung dort. Weil die jedes Mal, die hatten nur so ein kleines Stück, wo die drauf parken konnten, dann war schon wieder die Kreuzung. Wenn die anberuht, hat sich das in den kompletten Kreisverkehr rundherum gestaut. Ich denke, dass das so jetzt vielleicht viel, viel besser funktionieren würde. Auch hier vielleicht. Einfach hier das Abreißen. Die sind ja trotzdem angebunden, theoretisch. Dass die wirklich da über diese eine Hauptkreuzung meinetwegen müssen. Die stehen trotzdem bis zur Autobahn raus. Ist der Wahnsinn. Das absolute Wahnsinn ist das. Ja, das ist eine Sack, also ihr Homies. Ihr Homies, wollte ich schon sagen. Wartet mal, nehmen wir mal vier Spur. So, ich gebe es wieder nicht nur in eine Richtung. Das ist doch shit. Ich weiß echt nicht, was ich hier hin könnte. Ah, okay. Hier ist natürlich auch ein absolutes Chaos. Nachfrage nach Industrie steigt jetzt auch langsam. Die meisten wollen ins Gewerbegebiet. Die meisten wollen ins Gewerbegebiet. Da ist natürlich jetzt auch die eine Kreuzung hier so ein bisschen schuld, dass das gerade hier so hängt. Ich die jetzt auch noch wegreiß. Kann ich aber nicht wegmachen. Das geht noch. Wart, 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 wart. Ah, die Arztpraxis, die hat auch gar keinen Strom, sehe ich gerade. Okay, 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 okay. Schauen wir mal ganz kurz. Lassen wir den Verkehr erst mal Verkehr sein. Da können wir uns sowieso erst wirklich was überlegen, wenn wir die Gebiete hier unten noch freigeschaltet haben. Fakt ist auf jeden Fall erst mal, Oberschule-Kapazität ist immer noch überdurchschnittlich hoch, aber wir haben jetzt schon auf 2.000 erhöht, das heißt, das geht. Brechtig 694, wir haben eine Menge Luft. Oh ja, Grundschule, da ist dasselbe natürlich. Müssen wir wahrscheinlich auch hier noch eine Grundschule hinbauen. Da kommen wir nicht drum herum. Da brauchen wir einfach hier noch eine hin für die Kiddies. Und, Moment. Und hier noch eine Grundschule hin. So, oder wartet. Vielleicht ist das ja auch hier ganz nice. So, ja. Wir bauen da noch eine hin. Aber der ist sowieso alles Wohngebiet hier hinten. Das passt auf jeden Fall erst mal. So, eine Oberschule haben wir, eine Uni haben wir. Die gereicht sowieso gerade nicht ganz so weit, wie ich das sehe. Okay, ist aber kein Problem. So. Vielleicht sollten wir Was ist das jetzt? Nee, 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 das wollte ich nicht. Vielleicht sollten wir mal noch ein Busdepot bauen. Und zwar hier im Gewerbegebiet. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Und zwar irgendwo hier hinten im Busdepot. Genau. So. So. Und jetzt bauen wir hier Busseitestellen hin. Da geht's los. So. Sind schon mal alle zufrieden. Fahren wir schön hier raus. Hier noch eine Haltestelle. Und fahren wir hier rüber. Na? So. Und da machen wir hier vorne eine Haltestelle. Hier eine. Die machen wir wieder weg. Machen hier eine. Hier eine. Da eine. Sind die verbunden miteinander? Ja. So. Hier wieder eine. Fahren wir hier raus. Huch. Wollte ich eigentlich hier hin haben. So. Und fahren hier schön nach oben mit dem Bus. So. So. Gehen wir weg. Gebäude ist abgebrannt. Das weiß ich. So. Warte mal. Dann fahren wir hier komplett raus. So. Bauen hier noch eine hin. Fahren einmal hier rum. Mmh. Bibi. 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 Wir müssen hier lang fahren. Genau. So. Bauen hier noch eine hin. Und. Wie fahren wir denn weiter? Geht gar nicht, oder was? Dann hier. So. Fahren hier raus. Hier noch eine hin. Nehmen die gleich alle mit hier. Oh, die ist doof. Die hier. Dann hier noch. Hier noch. Und dann fahren wir hier wieder rein. Ups. Machen hier noch eine hin. Sind die auch alle glücklich? Hier noch eine hin. Und dann geht es hier wieder zurück. Wenn das mal eine Buslinie ist. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber. Es ist schon mal eine Buslinie. Keine Ahnung. Ich denke schon. Warum ist so generell mein ganzer Feuerschutz so scheiße? Okay. Okay, okay, okay. So, jetzt haben wir hier die. Okay. Die Düsen schon los. Passagiere 035. Auf Linie zurück. Den Sträger. Buslinie. Modify. Linie. Okay. Bus in Verwendung 10. Wir können natürlich jetzt auch nochmal unseren Ressourcentab angucken. Ah, okay. 8.200 machen wir aktuell. Bloß brauchen wir die Steuern gar nicht hochnehmen. Was wir machen können, ist auf jeden Fall mal nachschauen, wie es mit dem Müll aussieht. Müllverbrennungsstatus. Okay, was hat denn der für Probleme? Die sind randvoll. Ja gut, das ist aber auch richtig. 15 Prozent, 80 Prozent, 15 Prozent, 64 Prozent hoch. So, noch einer. 60 Prozent. Okidoki. So, wartet mal. Dann nehmen wir mal, auf jeden Fall ist Wasser auch noch hoch. Das Budget. Das Krankenhausbudget würde ich ganz gerne mal auf 110 nehmen. Und das Budget für die Feuerwehr, das nehmen wir auf jeden Fall auf 130. Für die Polizei, das passt. Für die Schulen, das nehmen wir auch mal auf 130. Mal gucken, wie sich das jetzt alles auswirken wird hier. Ähm, Dekoration. Können wir auch immer noch 10 Prozent hochnehmen, warum nicht? Einziger Effekt. Denzel wird durch besser. Okay. Und hier, das nehmen wir auch noch mal hoch. So, Buslinie. Nehmen wir auch gleich mal hoch. Okay. Darlehen, das brauchen wir alles nicht. Steuern. Müssen wir mal gucken, wie man das jetzt kompensieren können hier. Wird einfach mal ein bisschen laufen lassen. Das ziehen ja immer noch unglaublich viele Einwohner. Wir sind bei 15.000, obwohl wir gar keine Häuser waren zur Zeit. Aber ihr seht, hier entstehen richtige Hochhäuser jetzt. Also, das ist richtig cool. Das ist wirklich mega. Aber das hier ist halt natürlich auch krass, ne? Mit dem Kreisverkehr. Also, das kriegen wir nicht los, das Problem. Das kriegen wir aber gelöst. Ähm, und ich bin mir auch schon sicher, wie wir das machen. Entleerung. Gut, die wird entleert. Bin mir sicher. Das kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Und kriegen wir auf jeden Fall hin. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz. Durchschnittsgesundheit 74%. Das ist sehr, sehr gut. Und, ähm... Kranke Bürger, gerade mal 36. Für 400 haben wir Kapazität. Dann, wie sieht es hier mit dem Müll aus? Müht der Pony Auslastung. Okay. Das passt. Hier sieht auch sehr, sehr gut aus. Strom. Stromerzeugung. Oh, da sind wir ein bisschen... Sind wir auch schon wieder knapp dran, ne? Gesundheit passt auf jeden Fall. Feuerwehr. Wie sieht es da aus? Die Gefahr ist bei 16%. Also, relativ niedrig. Das ist aber auch gut so. Äh, der Feuerwehr haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Budget gegeben. Also, ich denke, das passt jetzt soweit auch. Und, ähm... Ja, Kriminalitätsrate 5%. Das ist super. Ähm... Ah, super. Grundschule verfügbar. Das ist im grünen Bereich. Hier müssen wir... Ah, hier haben wir immer noch. Also, mit der Oberschule... Alter Schwede, ey. Leck mich am Arsch. Universität... Das passt auch soweit. Okay. Ein Bürger 83 pro Woche. Zwei pro Woche toasten. Okay. Schauen wir mal hier. Was ist das jetzt? Ach so. Okay. Ähm... Deko sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen was bauen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier Bäume hinbaue. Okay. Also, dass sie grau werden, passiert gar nichts. Super. Einzigartige Gebäude. Hätten wir jetzt das Teil noch, ne? Für 135.000 Opernhaus. Wow. Das würde ich eigentlich echt gern bauen, wenn ich... Wenn ich ehrlich bin. So ein richtig fettes, geiles Opernhaus hier hin. Wie cool ist das denn? Oh, guck mal, was wir hier für riesige Gebäude schon haben. Moment. Große Stadt. Erreichen Sie Bevölkerung. Ah, okay. Wir haben ein neues Gebiet. Krematorium. Wasseraufbereitungsanlage. Das ist super. Können wir die Zeit lassen wieder ein bisschen runternehmen? Ähm... Ich frage mich gerade, was hier für Gebäude entstehen. Moment. 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 Äh... Mach das weg. So. Hier. Alter. Die ziehen ja hier schon die übelsten Dinger hoch. Was ist denn das? Ein Gigastore. Oh, geil. Coole Sache. Wahnsinn, wie die jetzt wachsen hier. Aber das finde ich echt cool, dass wir das hier so lassen. Auf jeden Fall mit diesen, ähm... Mit diesen kleinen Siedlungen hier. Das finde ich echt ganz nice. Und hier in der Mitte, er kann ja ruhig... Oder hier an der Hauptstraße lang, da soll es ruhig krachen. Hä? Wo ist unser Verkehr hin? What? What, 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 what? Wo ist unser Verkehr hin? Das ist ja genial. Verkehrsproblem gelöst, oder was? So, hier haben wir auf jeden Fall Bürogebäude. Die scheinen auch richtig gut zu laufen. Krass. Sind das Bürogebäude? Ich weiß es gerade nicht. Das hier sind Bürogebäude außen. Ja, auf jeden Fall. Okay, wir haben auf jeden Fall große Nachfrage nach, ähm... Oder mittleren Nachfragen nach Gewerbe und, ähm... Büro... Und, ähm... Büro... Büro? Industrie oder Büro... Ach, Industrie... Oder Bürogebäude. Ah... Okay, nur Bürogebäude machen keine Verschmutzung. So, und wir wollen mal schauen, wegen dem Opernhaus. Da müssen wir irgendwo hier runterkriegen, ey. Das war doch... Das ist doch mega. Das ist doch... Ich weiß nicht, irgendwo hier reingequetscht. Ja, super, hier in die Industrie. Das ist natürlich nicht so schön. Ich würde es schon da, wo es irgendwo so ein bisschen sinnvoll nutzen. Das ist auch blöd. Es ist ja doof, dass da alles Industrie ist. Aber hier wäre es vielleicht gar nicht so schlecht aufgehoben. Hier so. Ich weiß es nicht, Leute. Da deckt es ja mehr das Industriegebiet ab, wie alles andere. Es ist halt blöd, dass genau hier die Industrie ist, ne? Das finde ich jetzt echt ein bisschen schade. Was ist das eigentlich von Teil hier? Turm der hohen Zinsen. Der Turm mit hohen Zinsen ist tatsächlich sehr hoch. Viele Firmen mieten dort gerne wegen den schönen Aussicht ein. Anforderungen für den Bau des medizinischen Zentrums. Lärmbelästigung. Vielleicht sollten wir auch einfach diesen Turm hier bauen. Das war auch schon mal eine coole Hausnummer, oder? Wie geil das aussieht, wenn der hier drin wäre, ne? Boah, das würde auch krass kommen, oder? Soll ich den bauen? Was ist das denn für ein Unterhalt? 1600, das können wir uns echt leisten. Krass, Alter. Wie geil sieht das denn bitte aus? Eigentlich hätte der hier in die Hauptstraße gemusst, ne? Naja, egal. Ist eigentlich viel cooler gewesen. Aber das sieht schon echt mega, oder? Krass. Super. Der Turm ist echt cool. Der ist echt cool. So, wir müssen mal schauen, wir brauchen Gewerbe. Gewerbe, Gewerbe, Gewerbe. Und zum Gewerbe, das geht hier entlang. Zur Gewerbe. Auf jeden Fall, hier geht das Gewerbe schön lang. Das haben wir ja so gemacht. Das ziehen wir jetzt auch bis zum Schluss durch. So. Okidoki. Flups. Okay. Können wir hier noch ein bisschen Büro hinbauen? Fände ich gar nicht so schlecht. So. Und hier auf jeden Fall noch ein paar schicke, dicke, fette Wohnhäuser. Ok. So, hier hinten bauen wir noch so ein bisschen, naja, eher wenig dicht besiedelt hin. So, hier. Wo das eigentlich totaler Blödsinn ist mit diesem Bürogebäude, ne? Hier könnten wir eigentlich noch dicht besiedeln. So. Büro. Moment, ich glaube vom Büro brauchen wir mehr. Jetzt machen wir hier innerer rein noch komplett Büro. Zack. So. Und jetzt hast wir hier alles ausgefüllt soweit, oder? Ein bisschen Gewerbe vielleicht noch. Und in die Ecke noch Gewerbe. So. Alter, wie groß, wie gigantisch die Stadt ist. Vor allem, dass wir jetzt schon 16.000 Einwohner haben, in diesem einen Feld eigentlich untergebracht. Das finde ich so heftig. Das sieht echt cool aus. Und ich würde aber ganz gerne echt noch was machen, wegen Parks. Also da müssen wir auf jeden Fall was machen. Hier, guck mal. Hier, so ein Park mit Bäumen. Oder ein großer Spielplatz. Ein großer Spielplatz. Guck mal, der hat einen riesen Radius. Das ist immer ganz cool. Der muss auch einfach her. So, guck mal, wenn wir den jetzt hier hinbauen. So, zack. Alle glücklich, alle zufrieden. Kleiner Spielplatz. Kleiner Park. Platz mit Bäumen. Park mit Bäumen. Platz mit Picknick-Tischen. So, und dann bauen wir mal... Moment. Einfach mal hier noch so einen Picknick-Platz hin. So, das sieht echt auch ganz cool aus. Denke ich zumindest. Und dann sieht es da erst mal nur noch halb so schlimm aus. Kleiner Park. Hier noch einen kleinen Spielplatz hin für die Kiddies. Mal schauen hier. Aber hier so ein kleiner Spielplatz. Da würde er auch nicht gerade dem ganzen Abbruch tun. Eher hier oben an die Straße. Bisschen Gewerbe weg. So. Wunderbar. Schalalala. Na, ist doch schön. Was wolle denn mehr? So, okay. Das Gebäude haben wir auch gebaut. Haben wir schon... Oh, was haben wir denn hier? Stadion kostet 200.000. Mama mia. Lernbelästigung 100. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, gut. Aber wir werden den Part jetzt auf jeden Fall erst mal hier beenden. Ich überlege nur, das Teil lasse ich auf gar keinen Fall hier stehen. Das tut mir echt leid, Leute. Aber... Ich glaube, das Teil muss einfach an hier so eine gigantische Hauptstraße. Das muss einfach dorthin. Dann baue ich lieber hier noch irgendwie einen schönen Park hin. Moment, woher steht sie hier? Guck mal hier. Ach nee, das ist der Friedhof. Müssen wir auch mal schauen, wie ein Krematorium, ne? Hier haben wir so einen kleinen Platz mit Picknick-Tischen. Sind das schon welche? Ey, da sind sogar schon welche. Wie cool. Und dann bauen wir lieber hier noch irgendwo hier hinten einen großen Spielplatz hin. Das denke ich mal, ist zehnmal besser. Wie der ganze andere Quark. Sorry. So, und da sind die nämlich alle glücklich und zufrieden. Und wir sind jetzt auch glücklich und zufrieden mit unseren über 17.000 Einfluss. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich finde es krass, wie sich der Verkehr hier beruhigt hat. Dass wir hier komplett die Luft rausgenommen haben. Warum, frage ich mich. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, denn ich weiß es nicht. Aber es ist gut so, wie es ist. Und ihr lasst mir das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und zwar morgen. Alter, wie krass das kommt, wenn man hier so langgefahren kommt. Boah. Wie riesig das ist. Coole Sache. Jo, naja. Dann bis morgen.